Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge ARC Storyline. Ihr habt gewählt und ich tue, was ihr gewählt habt. Es ging darum, welche der sechs einfacheren Landhöhlen wir hier auf die Island machen wollten. Es stand zur Auswahl die Central Cave, die Upper und die Lower South Cave, die kleine Eishöhle, die Lava-Höhle und die Höhle auf Karno Island. Und das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Niemand hat für die Central Cave gewählt. Die Upper und die Lower South Cave hatten jeweils eine Stimme. Gut, es gab auch Leute, die haben immer mehrere Sachen gesagt. Da habe ich immer nur das erste genommen, was da stand. Die Lava-Höhle hatte zwei Stimmen. Auf Platz zwei ist die kleine Eishöhle mit sieben Stimmen und mit zwölf Stimmen die Höhle auf Karno Island. Und deswegen werden wir uns als allererstes dorthin begeben zur Höhle auf Karno Island. Und wenn das gut und schnell läuft, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir auch noch mal die kleine Eishöhle mitnehmen. So, ich nehme mir hier so einen Kryopod, stecke ich ein und wir nehmen Milka mit. Denn Milka ist mein einigermaßen gelevelter Deinonychus. Wir werden da allerdings schnell mal rüberfliegen. Und zwar nehme ich glaube ich den Terranodon. Es geht ein bisschen flotter, obwohl... Ach, ich kann auch den Argentavis nehmen. Ist ja eigentlich ist das total egal. So, fast geschafft. Ich muss hier nur mal schnell meine Ausdauer aufladen. Wir fliegen jetzt das letzte Stückchen, das da drüben, das ist Ticano Island. Da haben wir nochmal so eine flache Landinsel da drüben. Und von hier aus gesehen, genau auf der anderen Seite von der Insel, da befindet sich die Höhle. Das ist, ähm, so wie alle Höhlen, die zur Auswahl standen, eine Höhle, in der die Tiere nicht über das normale Level von inzwischen Jahrhundertfünfzig spawnen. Es gibt da drin Skorpione und Spinnen und Fledermäuse. Es kann sogar mal Megalanias geben. Es gibt auch eine, äh, meistens so eins, zwei, äh, Dangpietel, also Mistkäfer. Und bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, auch Atropleura. Das weiß ich jetzt aber nicht so ganz genau. Also auf jeden Fall Skorpione, Spinnen, Fledermäuse, aha, schwebende Qualen, sehr schön. Übrigens eine total coole Variante, auch ohne Wassertier an Biotoxin zu kommen. Ähm, was ist da drin besonders gefährlich? Naja, man kann halt Tollwut bekommen und, äh, entsprechend verliert man dann sein Leben. Aber ich habe ziemlich viel Leben, also ich sollte, glaube ich, nicht mal ganz die Hälfte davon verlieren, wenn ich das bekomme. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich es nicht zweimal hintereinander bekomme, bevor ich mich nicht wieder hochgeheilt habe. Und mal gucken, wenn da drüben gerade nicht ganz so viel los ist, dann holen wir uns nochmal den gelben Loot. Äh, hier auf der Insel, die Karno Island, heißt nicht nur so, weil es hier Karnos gibt, sondern weil es hier Karnivoren gibt, also Fleischfresser. Und zwar nur Fleischfresser. Jede, jede, jede Menge fleischfiege Fresser. Fresser von Fleisch. Und das hat sich überhaupt gar nicht gelohnt. Super. Äh, da drüben ist die Höhle. Wir werden da jetzt erstmal reinsegeln. Ich hoffe, ungesehen. Ich kann ja natürlich nicht sehr weit hier reinfliegen. Ich werde mal gleich landen und ein Stück weiter gehen. Und dann setze ich mich hier ab, ähm, schmeiß den Deinonychus raus. Ich packe den mir mal hier hin. Den Kryopott so an sich. Schmeiß den raus und friere den aber dafür ein. Ich hatte das schon öfter, dass ich Tiere sozusagen außerhalb der Ladezone, also draußen vor der Höhle gelassen habe und die dann weg waren. Nicht, weil sie gefressen wurden, sondern, ja, weil sie wurden halt nicht mehr geladen. Und als sie dann wieder zurückladen sollten, luden sie nicht mehr. Ja. So, wir haben hier diesen Vorbereich. Hier ist nix. Ja, genau. Die Höhle ist ein bisschen kühl. Ähm, ich habe aber auch noch, ähm, Pelzklamotten dabei. So. Immer noch zu kühl. Gibt's ja wohl nicht. Immer noch zu kühl. Ist denn das die Möglichkeit? Ich habe mir eigentlich Pelzklamotten mitgenommen, äh, für die zweite Höhle, für die im Schneebiom, falls wir hier schnell durchkommen. So, hier müssen wir einmal tauchen. Weiß nicht wieso, aber seitdem ich hier wieder spiele, ruckelt das extrem unter Wasser. Da müssen wir wieder raus. Weiß nicht, ob es am Dainonychus liegt. Ich glaube nicht. Es ruckelt einfach extrem unter Wasser. Und sobald man raus ist, geht's dann wieder. So, seht ihr es? Fledermäuse, Gangbügel. Eilt mich wieder ins Wasser. Wir könnten jetzt mit dem Dainonychus natürlich einmal komplett runterhüpfen, ne? Und ich befürchte, dann pullen wir auch so ziemlich alles an Tieren hier drin. Und das ist dann vielleicht ein bisschen viel für den Kleen wichtig. Ich war hier tatsächlich mit der schon einmal drin. Allerdings, ähm, als die Tiere nur noch bis 120 spawnen, das habe ich ja inzwischen geändert. Und da ist ein Strapion. Ihr seht, ihr findet hier drin Kristall. Ihr findet hier Obsidian. Ich glaube, es gibt auch ein bisschen Metall. So, lassen wir mal kurz hier die Torpor vorbeigehen. Die Ausdauer aufladen. Äh, da kommen sie schon alle. Der Nynchus macht natürlich auch Blutungsschaden. Und das heißt, selbst wenn die wegfliegen, dann bluten die Mais-Tents noch ein bisschen aus. Es sind aber viele Fledermäuse heute hier. So, kannst du jetzt vielleicht mal deine Ausdauer aufladen? Okay, wir werden ihn natürlich immer wieder schön hochheilen. Ihr seht ja, er hat jetzt schon ein Drittel seines Lebens verloren. Der hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Es gibt hier drin, ähm, ein Artefakt. Äh, was ist das? Irgend so ein längliches grünes. Ich glaube, das ist das Schlauen oder so. Das werden wir ja dann gleich sehen. Ähm, das ist auch recht zuvergleichsig da. Das ist ganz unten in so einer Ruine. Und es gibt hier drei Explorer Nodes. Zwei findet ihr ziemlich einfach. Das andere ist ein bisschen schwieriger zu erreichen, weil das nicht auf einem Weg liegt, sondern auf so einem Felsvorsprung. Mitten in der Wand. Da müsst ihr also irgendwie entweder mit Graveling Hooks hin oder ihr lasst euch runterfallen oder mit Climbing Picks oder mit einem kletternden Tier oder sowas. Ich glaube, das ist das vom Giga oder vom Moser. Ja, ich glaube vom Moser oder irgendwie sowas. Also ein ganz komisches Tier, was man hier drin nicht erwarten würde. Ähm, die anderen sind, glaube ich, beide unten. So. Obwohl, der ist auch so extrem voll. Wir schmeißen auch mal das hier raus. Das braucht er ja nun wirklich nicht. Und die kannst du mir noch mal geben. Na gut, ich habe ja auch so viel Krempel dabei, ne? Das ist das ganze Metallzeug. Kleines Käckerchen. So, der Dein und ich ist es natürlich ziemlich gut geeignet, weil er kann ja hervorragend springen. Und selbst wenn man mal irgendwas nicht erreicht, dann ist es sehr, sehr wohl möglich, dass er dann aber irgendwo an der Wand kleben bleibt, sozusagen. Und nicht abstürzt. Und ich glaube, selbst wenn er abstürzt, kriegt er sehr wenig Fallschaden. Ei, ei, ei. Die wollen mich hier rückerschmeißen. Nicht mit mir, Freunde. So, der hat ein Level ab. Sollen wir ihm auch gleich mal geben. Ja, die Tiere sind hier drin natürlich so gut wie immer, Maid boostet, weil es ja mal gleich solche Massen von Tieren sind. Ähm, Nahkampfschaden. Und da da auch schon wieder die Hälfte Leben verloren, direkt gleich wieder hochheilen, hätten wir das gerade eben nicht gemacht. Wäre jetzt zum Beispiel schon tot. So, weil das ein bisschen langweilig ist, schneiden wir das mal raus. Ja, die lassen mich nicht heilen. Die haben mich irgendwie, obwohl ich mich nicht bewegt habe, wieder zwei aufgestürt. Wer weiß von, wo die jetzt gekommen sind. Müssen wir eben jetzt ein bisschen weiter heilen. Das gibt's doch nicht hier. Und bei allem wird man hier gestört. Ich werde auch das Leder rausschmeißen. Ich habe so viel Leder. Das ist unfassbar. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, was ich damit alles machen soll. Wir werden ja hier fürs Erste vermutlich keine Armee mehr brauchen. Denn ich hatte jetzt nicht unbedingt vor, die Bosskämpfe zu machen. Man kann ja mal so richtig, richtig, richtig gute Terezinus. Die sind dann wirklich für alle Bosse geeignet. Außer vielleicht für die Brutmutter. Aber das sollten sie eigentlich auch hinkriegen. Ja, wir wissen ja, mit Terezinus, der Affe ist kein Thema. Den Drachen haben wir sogar auf der schwierigsten Stufe mit Terezinus geschafft. Wir hatten halt nur für die Brutmutter Megaterien genommen, weil wir diesen Insektenkiller-Bonus bekommen. Und ich glaube, auch noch mal weniger Schaden selber kassieren. Zumindest von den ganzen kleinen Spinnen. Okay. Da haben wir schon einen Beutel verloren. Ihr könnt nach da drüben hüpfen. Dann geht es halt da weiter. Oder ihr nehmt halt diesen Schlenker hier mit. Dann kommt er, wie ihr seht, ja auch dorthin. Wir nehmen diesen Schlenker auch. Erstens, weil ich nicht will, dass mir irgendwas in den Rücken fällt. Und zweitens, weil wir ja schon gesehen haben, dass da drüben ein Loot ist. Und ein Höhlenloot ist doch verdammt selten. Wenn man mal irgendwo das Glück hat, einen zu finden, dann sollte man ihn auch tun. Und das mitnehmen. Da unten, wo es so lila, hellblau, wabert, da ist das Artefakt. Ja. Kleines Kacki. Ich renne noch nicht mal, ne? Ich hüpfe hier einfach so. Ohne Anlauf zu nehmen. Uh, wir haben eine sehr viel bessere Fellmütze bekommen. Ich höre was. Irgendwas steckt hier in der Wand. Das ist toll. Wow. Die hat 114 mehr Aufrüstung als die, die wir gerade eben getragen haben. Aber die war ja auch wirklich nur Standard. Da sind die nächsten. Wie gesagt, es kann auch eine Galanias geben. Die habe ich hier allerdings noch nie an der Decke und auch noch nicht an Wänden hängen sehen. Die sitzen tatsächlich meistens auf dem Boden. Wahrscheinlich ist das Ding hier irgendwie zu uneben. Also an der Wand habe ich sowieso noch nie welche hängen sehen. Und eine richtige Decke gibt es hier halt nicht. Also das ist so ein ganz, ganz hoher Kessel. Also klar, irgendwo da oben ist eine Decke. Vielleicht hängen da auch welche. Ich hatte jetzt schon mal irgendwie auf so einem Absatz 1, 2 sitzen sehen. Also nicht bei diesem Mal, aber schon jemals. Und wir gucken mal ganz kurz, ob hier oben noch ein Feind ist. Wie gesagt, ich will nicht, dass mir irgendwer in den Rücken fällt. Aber es sieht nicht so aus. So, eins von diesen Explorer Notes ist, wie gesagt, irgendwo so auf so einem Felsversprung in der Wand. Und ich glaube, da drüben, ja, da, wo jetzt der Kopf ist, da könnte es sein, da sitzen Skorpionen. Aber da ist ja auch eine Säule. Ich glaube, da ist ein Explorer Note. Das ist das, wo ihr eigentlich nicht so ohne weiteres rankommt, weil da halt gar keinen Weg hinführt. Ihr müsstet dann halt euch... Ah ja, okay, den können wir leben lassen. Ihr müsstet euch hier sozusagen in dieser Ritze runterfallen lassen. Ihr seht da, wo der Skorpion ist. Direkt neben ihm ist das Explorer Note. Aber wir haben die ja hier alle schon aufgemacht. Deswegen brauchen wir die hier nicht. Hier unten ist ja jetzt nicht mehr ganz so... Also ganz, ganz unten ist auf jeden Fall wieder richtig viel mit Tieren. Aber hier auf dem Teilweg haben wir vielleicht schon das meiste nach oben gepullt. Aha, ich habe dich da schon gehört. Gerade die Skorpionen und so, die fallen ja auch, wenn die zum Beispiel in gerader Linie zu mir wollen und die die Kurve nicht mitlaufen, dann fallen die natürlich alle runter. Liegt da unten ein Megalosaurier? Ich glaube, ja. Da unten liegt tatsächlich ein Megalosaurier. Oh, ich liebe sie. Sie sind so schön. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, ich habe hier, glaube ich, erst einmal einen gesehen. Na hier, direkt da unter mir. Da, wo jetzt der Kopfputz vom Deinonychus ist. Die sich immer zusammenkringeln, die sind einfach herzallerliebst. Aber wie gesagt, mit denen wollen wir jetzt nicht kämpfen, denn wenn der mich hier runtergrappt, haben wir keine Chance. Der bringt mich um. Der bringt den Deinonychus vermutlich um. Selbst wenn er ein ganz niedriges Level hat, wenn der mich grabbt. Lieber nicht. Aber wie ihr seht, bisher keine Apopleura. Das ist schön. Mein Gott. Sehr schön. Wir heilen den erst nochmal hoch, weil da unten, wie gesagt, da kommen ziemlich viele Tiere. So, kann weitergehen. Ich habe auch nochmal ein bisschen Fleisch rausgeschmissen, damit wir etwas leichter sind. Da sind sie schon ganz nervös, die Skorpione da unten. Ja, wie gesagt, wir dürfen nur nicht zu nah an den Megalosaurier ran. Na, was ist? Wo seid ihr denn? Ihr lauft in die falsche Richtung. Ich würde auch erstmal hier unten alles platt machen, weil wir müssen ja für das Artefakt hier absteigen. Und ich will aber so rumstehen. Falls der nämlich dann doch kommt, dann sehe ich ihn wenigstens. Ich hatte den Eindruck, dass wenn man von oben runterfällt und man fällt hier auf so diese Spikes, ja, diese Stalagniten, also dann kriegt man irgendwie mehr Schaden. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich glaube irgendwie, das ist so. Ich hatte zumindest immer den Eindruck, es wäre so. Ah, da haben wir auch die Käfer wieder mit erwischt. Schade. Das ist hier drüben noch irgendwie. Hier ist zum Beispiel ein Exploranaut. Gucken wir kurz, ob hier noch irgendjemand ist. Ruckel, ruckel, ruckel. Steigen, sterben. Okay, es ist kein grünes. Na gut. Äh, Artefakt des Fressers. Im Englischen müsste es Devorer sein. Und du kommst zurück für noch ein bisschen mehr Action. So. Ja, wie gesagt, da vorne ist der Megalosaurier. Hier sind noch ein paar Tiere mehr. Da, wo die hellen Pilze sind, da ist noch ein Exploranaut. Und wie gesagt, das andere ist auf dem Weg. Aber wir haben ja jetzt, was wir wollten. Wir waren ganz unten. Boah, ist der schwer. Wir müssen ein bisschen leerer machen. Äh, wir waren einmal ganz unten. Wir haben das Artefakt rausgeholt. Ich bin glücklich und zufrieden. Wir klettern jetzt hier den Weg wieder nach oben. Tatsächlich ist nach oben schwieriger als nach unten. Äh, es gibt immer so ein paar Passagen, die finde ich sind irgendwie schwierig zu überspringen. Aber mit ihm hier, der ja auch klettern kann, also die allerletzte, die alleroberste, die finde ich irgendwie schwer. Da stoßen alle meine Tiere meistens irgendwie gegen so eine unsichtbare Wand und wollen dann nicht mehr weiter. Ziemlich nervig. So, hepp. Nein. Oh, nein. Nach oben sollst du springen. Ach man, du bist doch dumm. Dann sieht es. Ey, warum? Der springt einfach nicht. Hallo. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder laufen. Der springt einfach nicht. Ich spring mit dem und der läuft einfach geradeaus weiter. Das ist genau, was ich meine. Die laufen einfach nicht. Die machen einfach nicht, was sie sollen. Da, wieder nicht gesprungen. Spring doch, du blödes Vieh. Als ob der hier an der Wand nicht könnte. Okay. Jetzt haben wir es. Also, beim letzten Mal, als ich mit dem hier drin war, hatte ich wirklich mit gar keiner Sprungpassage irgendein Problem. Wir nehmen diesmal die Brücke da oben. Da sehen wir nochmal einen anderen Weg. Der hat die alle wunderbar gemanagt. Da, wieder nicht gesprungen. Der springt einfach nicht. Als ob meine Leertastentaste nicht funktionieren würde. Da, wieder nicht. Oh, eine Megalania. Der springt einfach nicht. Als ob, wie gesagt, meine Leertaste nicht funktionieren würde. Er ignoriert das einfach völlig. Aber ich muss sagen, ich hatte mit dem schon öfter mal so Probleme, weil ich immer nicht weiß, muss ich jetzt einmal lange gedrückt halten, damit der klettert. Er springt einfach nicht. Das sind einfach keine Wände an denen, der sich anhaften kann. Er macht das einfach nicht. Guckt euch an, wo der hinspringt. Ja, überall. Nur nicht dahin, wo er hin soll. Ne, macht er einfach nicht. Ist hier mal irgendwo ein Weg vielleicht? Ist das da drüben zufälligerweise die Ruine? Ja, das ist sie. Jetzt. Oh, wir haben es geschafft. Na gut, dann sind wir zufälligerweise an diese Ruine gekommen. Ist ja auch nicht schlecht. Habt ihr die auch nochmal gesehen. Ja, ist einmal kurz. Ich glaube, ich drücke einfach immer zu lange und dann springt er halt einfach nicht. Ist gut jetzt. Lauf doch einfach mal weiter. Aber der wird doch auch im Rennen springen können. Der springt echt lieber sonst wohin. Der kann einfach nicht gerade ausspringen. Freundchen, Freundchen, Freundchen. Das ist beim letzten Mal aber tausendmal besser gelaufen, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, das hier ist diese Kackpassage. Da hat er jetzt aber einen großen Satz gemacht. Okay, wir sind raus. Ja, ihr seht, also selbst wenn ihr abstürzt, wenn ich jetzt einen Wolf dabei gehabt hätte und hier ruckelt es wieder aus irgendeinem Grund unter Wasser, ich verstehe das nicht. Hätten wir einen Wolf dabei gehabt, der wäre wahrscheinlich schon mehrere Male gestorben, bei der Distanz, bei der wir da runtergesprungen sind. Finde ich auch immer den Ausgang nicht. So, geh doch mal da raus. Ja, geh doch raus. Meine Herren. So. Okidoki. Ist da jetzt irgendwas dabei noch, was wichtig wäre? Nö, eigentlich nicht. Kann alles weg. So, hier ist es dunkel. Jetzt wird es immer gleich ganz hell. Dann sammeln wir den wieder ein. Schmeißen den Akentavis raus. Zack. Und dich frieren wir dafür ein. Schwupp. Ja, und dann würde ich sagen, wir fliegen nochmal zur kleinen Eishöhle, oder? So, wir kommen langsam näher. Ja, ich stelle mir nochmal ein paar Pfeile her. Ich habe ja meine supergeile Armbrust dabei. Ich hatte eigentlich gerade ganz viele Pfeile dabei, aber ich war nochmal in einem anderen Haus und habe eigentlich da die Schränke geplündert. Ich habe aber nichts weggelegt, aber auf einmal habe ich keine Pfeile mehr. Ich habe zwar alles in den Akentavis getan, aber die Pfeile sind nicht mehr drin. Hier, Pia, yay. So, ja. Wie gesagt, ich habe mir alle meine Blueprints aus der alten kleinen Base geholt. und ein paar wenige andere Dinge auch nochmal. Wir kommen jetzt gleich zu der kleinen Eishöhle. Es gibt auch noch eine große Eishöhle. Die ist sehr, sehr gefährlich und da können die Tiere auch über das normale Level spawnen. In der kleinen aber nicht. Da gibt es eigentlich nur Fledermäuse und Spinnen. Mehr nicht. Da gibt es keine Explorer Notes. Da gibt es, zumindest habe ich noch nie welche gesehen, keine Loots. Also vielleicht gibt es irgendwo einen Spot dafür, aber ich habe noch nie welche gesehen. Es gibt aber definitiv keine Explorer Notes. Da drin ist das Artefakt der Skylords. Das ist im Singleplay genau einmal da und dann nie wieder. Also, wenn ihr das zum ersten Mal rausholt, dann habt ihr Glück. Vielleicht noch ein ganz seltenes zweites Mal, wenn ihr da eine halbe Stunde da drin steht und wartet und wartet und wartet und wartet, dann kommt das aber nie wieder. Es spawnt einfach nicht mehr. Das heißt, ihr holt es einmal raus und solltet ihr es jemals wieder brauchen, müsst ihr es euch leider hercheaten. Es geht nicht anders. Oder ihr holt es euch von irgendeiner anderen Map. Es gibt ja auf den Mod-Maps, also Valguiro und den ganzen Kram, da gibt es ja auch meistens alle anderen Artefakte. So. Das Besondere an dieser Höhle ist, dass man hier eigentlich keine Reittiere mit reinnehmen kann. Gefällt mir nicht, dass der da oben steht. Der kommt mit Sicherheit hier runter. Ich kenne mein Glück. Denn der Eingang ist ziemlich klein. Man muss da eigentlich durch so ein Loch. Und natürlich haben wir... Ja. Ich glaube, das hat keinen Sinn. Wir müssen erst mal da oben die Tiere wegbekommen. Wenn die jetzt hier alle... Oder? Ich weiß nicht. Wenn die alle da runterfallen. Der Kano ist schon gar nicht mehr so nah. Nee, okay. Sind nicht so nah. Ja, also wie gesagt, mit dem Kryopod ist das natürlich heutzutage alles überhaupt gar kein Thema mehr. Das sollte man eigentlich schaffen. Ihr müsst hier am Anfang halt euch einmal hinhocken. Und dann machen wir auch einmal unsere Lampe an. Gehen hier rein. Aber wir können die auch... Also drin ist es durch die Kristalle meistens hell genug. Und vor allem, wir brauchen natürlich unsere Armbrust. Man hätte jetzt natürlich auch eine Shotgun oder sonst was mitnehmen können. Ich habe außerdem noch eine zweite Armbrust mit Grapplinghooks dabei. Denn es gibt hier so ein paar ziemlich fiese Spalten. Man muss über keine rüberspringen, wenn man an das Artefakt möchte. Oh, ist das nicht einfach wunderschön hier drin? So, jetzt muss man auch nicht mehr kriechen. Ich glaube, es gibt auch keine weitere Passage. Ich könnte jetzt natürlich den Deinonychus auspacken. Und ich kann tatsächlich sogar teilweise hier drin mit ihm laufen. Aber wir lassen es. Wir machen das einfach mal nicht, weil das halt so eigentlich nicht vorgesehen ist. So, man muss sich mehr oder weniger mal rechts halten. Also hier in dem Fall mal nicht, weil man läuft eh nur im Kreis um diesen Stein. Und da kippen sie alle. Oh, das sind aber viele. Wir können natürlich auch mal das hier machen. Oh oh. Das habe ich mir aber irgendwie anders vorgestellt. Hilfe! Hilfe! Kriechen! Danke! Danke! Komm mal, komm mal her! Dieser Agentar, wisst ihr, dass der einfach immer nicht kommt, wenn man ihn bekommt. Ne, das sind ja auf einmal so wahnsinnig viele. Manchmal kommen da so zwei oder drei. Dann bleiben die meistens irgendwo hängen. Und man kriegt sie eigentlich... Ja, jetzt haben wir das auch noch. Mach da mal diese Scheiß-Fledermaus-Platt. Geht einfach nicht. Weil die wieder überein fliegen und... Oh, nerv, 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 nerv. Immer dieses hohe Angefliege, ne? Dass man das einfach nicht kriegt. Na, endlich! Super ätzendes Kackvieh. So, können wir mal was dagegen anessen? Ich höre euch schon. Shit! Shit! Ich glaube, wir sind gleich hin. Jo. Hätte ich mir mal einen Schlafsack mitgebracht. Aber das wolltet ihr ja sehen. Ich habe ja gesagt, wir wollen mehr Action sehen. Geh mal da rein. Hm? Genau, das habt ihr jetzt davon. Gut, bitte. Dann, ähm... Muss ich mir halt meinen Krempel hier wiederholen. Die ist doch da, wo wir wohnen, ne? Ja. Fügen wir halt mit dem Terranodon nochmal hin. Ach, dass man diese Animation auch nicht abschalten kann. Ja, fick. So, schnappen wir uns den Terranodon. Da haben wir einen mit Sattel. Ja, das waren einfach eindeutig ein bisschen viele Tiere auf einmal. So, wir sind schon ziemlich nah dran. Ähm, ja. Wie gesagt, ne? Das ist ja das. Das wollt ihr ja unbedingt sehen. Dass man mal stirbt. Ja, das habe ich echt nicht mit gerechnet. Dass da auf einmal so wahnsinnig viele Tiere sind. Und natürlich ist die Armbrust nicht so super mega geeignet. Weil die ja sehr, sehr, sehr lange fürs Nachladen braucht. Weil es natürlich, man geht da mit einer Pumpgun rein. Äh, aber habe ich jetzt halt nicht. Und habe auch keine Musikion dafür. Und ich hätte zwar eine überragende, aber so eine alte. Halt keine von den modernen, sondern so eine alte, die nur zwei Schuss hat. Hätte ich natürlich mal, ähm, Munition für machen können. Ja, habe ich aber halt einfach nicht. Und der Svigern haben wir dort hier nicht. Ich bin ein bisschen überrascht. Warum zeigt er mir... Ist das hier nicht? Nee, es ist noch nicht der Felsversprung. Oder? Nee. Hm. Ich wollte gerade sagen, hä, wieso zeigt er den Leichenfinder nicht an? Sollte er doch aber. Aber es ist noch nicht die richtige Felsnase. Da vorne ist sie. Trotzdem müsste der jetzt mal zu sehen sein. Wir sind ja schon sehr nah dran. Das Dumme ist, wenn ihr... Genau, da ist er. Wenn ihr in dieser Höhle in so ein Loch fallt und sterbt, dann könnt ihr euren Loot vergessen. Da kommt ihr nicht mehr dran. Das ist sozusagen, wie nennt man sowas? Ein Dead Floor? Death Floor? Irgendwie so, ne? Also wenn ihr da den Fußboden berührt, seid ihr tot. Das heißt, ihr kommt halt an euren Kram nicht mehr ran. Wenn ihr den Fußboden berührt, seid ihr eben tot. Und, ähm, ja. Das ist natürlich ungünstig. Das heißt, ihr findet euren Kram nie, niemals wieder. Und deswegen sollte man da eigentlich gar nicht mit so sehr guten Sachen reingehen. Ich meine, ich höre die, die sind gleich ganz hier vorne am Eingang. Genau. Natürlich kriegt man die nicht. Nein. 145. Ja, kein Wunder, oder? Guckt euch das an, wie das hier alles, alles in der Hand stecken bleibt. Man trifft ihn einfach nicht. Da, volle Granate. Ich könnte ihn jetzt zähmen, aber töten kann ich ihn nicht. Nein. Um Gottes Willen. Warum sollte man ihn töten können? Mann, jetzt sterbt doch mal. Was haben die denn schon wieder für ein unendliches Leben? Jetzt gibt's doch einen von... 155 ist der nächste. 145 und 150. Muss das sein? Können ja nicht mal normale Tiere da drin haben. Wenn man irgendwo auf der Map ein 150er Tier sucht, weil man es zähmen will, dann gibt es davon weit und breit keines. Kaum geht man in die Höhle, ist alles voll davon. So, das werden wir jetzt aber überleben. Wir warten kurz, bis das hier abgelaufen ist. Und dann, ja, gehen wir da wieder rein. So, inzwischen ist es ja auch schon wieder Nacht geworden. Es ist wirklich schrecklich. Ich sehe nichts. Die stecken hier überall in der Wand, ne? Man hört es links und rechts. Alles ist voll von den Viechern. Kommst nicht ran. Kriegst die einfach nicht. Alle in der Wand. Wenn sie da bleiben, habe ich damit auch echt kein Problem. Aber wenn nicht, dann schon. Das ist mal eine gute Anbruchs auf der 6. Warum? Er hat sich einfach umsortiert hier. So. Zweiter Anlauf. So, hier waren die alle. Das waren was? Wie viele? 20, 30 oder noch mehr? Hm. Oh, hast du mich erschreckt? Und wir sehen, das Artefakt ist nicht da, denn es müsste genau hier sein. Super. Ja. Es ist nicht da. Vielleicht weiß das Spiel, dass ich es jemals irgendwann schon mal geholt habe. Hm. Schade, schade, schade. Ich will mich jetzt hier keine halbe Stunde drin aufhalten, damit es vielleicht doch noch irgendwann spawnt oder so. Es ist nicht da. Aber wir waren hier drin. Wir sind einmal gestorben. Ihr habt gesehen, was ihr sehen wolltet. Und ich werde mich jetzt einfach hier direkt wieder rausbegeben. Und die restlichen Tiere scheinen irgendwie alle mehr oder weniger in der Wand stecken zu wollen. Vielleicht, ich höre es sogar kacken. Vielleicht blockieren sie mir jetzt auch gleich noch den Rückweg, aber... Hm. Sieht eigentlich nicht so aus. Die Höhle ist natürlich noch sehr, sehr viel größer. Also man kann hier noch viel, viel mehr sich drin verlaufen. Das ist kein Problem. Ähm. Aber es gibt hier nichts. Ja. Also es gibt hier, wie gesagt, keine Explorer Notes. Es gibt kein weiteres Artefakt. Es gibt, ähm... Kein... Machen wir mal die Lampe an. Ich sehe nichts. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht hinhocken. Ähm. Es gibt kein Loot. Zumindest habe ich noch nie welchen hier drin gefunden. Und deswegen macht es nicht so viel Sinn, sich großartig weiter hier drin aufzuhalten. Komm. Flieg. Okay. Das heißt, ich fresse jetzt noch meine Leiche. Hm, nam nam. Lecker, Millie. Nehmen wir etwas Hüftsteak oder doch lieber Nackensteak. Mal sehen. So, dann ist nämlich der Strahl weg. Ja, wir fliegen jetzt nach Hause. Ähm. Und sind eigentlich an der Stelle dann auch fertig mit der Folge für heute. Okay. Und ja. Wir sind fertig für heute, würde ich sagen. Wir haben wieder ein kleines Voting gehabt. Ihr habt euch entschieden. Ihr wolltet diese beiden Höhlen sehen. Ihr habt sie gesehen. Ihr habt bekommen, was ihr wolltet. Ihr wolltet Action. Ich bin gestorben. Ihr habt also, ähm... vollen Erfolg gehabt. Und ja. Ich würde sagen, dass an dieser Stelle die Folge fürs Erste wieder zu Ende ist. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann. Ciao, ciao. Untertitelung. BR 2018